Guten Tag, wir sitzen hier in Berlin in meinem Arbeitszimmer. Ich begrüße von hier aus das Festival Sehenswert in Budapest, was räumlich schon weit weg ist und zeitlich auch, weil wir heute den 24. September haben und ihr jetzt schon im Oktober seid. Ich freue mich sehr, dass Barbara dieses Festival eröffnet und würde gerne selber Teil des Publikums sein, weil ich bei der einzigen Vorführung, der ich beigewohnt habe, das war Berlinale und da war die Nervosität und die furchtbare Eigenliebe und die Scham so stark, dass ich mich überhaupt nicht auf diesen Film konzentrieren konnte, den ich gerne noch mal sehen würde. Barbara ist ein Film, der aus meiner eigenen Filmografie ein wenig herausfällt, weil ich die Kontrolle über diesen Film verloren habe. Das wird man am Ende sehen, weil ich hatte das Gefühl, dass die Figuren diesem Film sich zum Schluss selbstständig machen und dieser Kontrollverlust, vor dem ich früher als Regisseur so Angst hatte, alte Hitchcock-Schule, alles im Studio kontrollieren und so, dieser Kontrollverlust war eine sehr glückliche Erfahrung und ich versuche beim nächsten Film, den ich mit den identischen Schauspielern und dem identischen Team drehen werde, ich versuche in den nächsten Jahren so ein bisschen eine Gruppe zusammenzuhalten, vielleicht wie der Fassbinder das mal gemacht hat oder Anthony Mann oder Howard Hawks, die ja auch Gruppen gebildet haben oder Roberto Rossellini, mit dem selben Schauspielern im Team wieder weiterzuarbeiten und da habe ich jetzt so einen langen Satz gemacht, dass ich den Faden verloren habe, das ist ein guter Ansatz zu sagen, ich wünsche Ihnen eine sehr schöne Vorstellung und bedauere es sehr nicht, bei Ihnen zu sein. Vielen Dank.